so damit hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Assassin's Creed Unity ich habe jetzt hier meine kompletten Fail Versuche einfach übersprungen weil ich das letzte Mal ziemlich die Schnauze voll hatte die zusammenzuschneiden weil mein Videoschnittprogramm diese animierten Dinger oben links im Hintergrund nicht zu haben wollte ich das gemacht habe und dann habe ich das viertelstunde Video habe ich dann vier Schnitte volle vier Schnitte und das wollte ich jetzt nicht nochmal machen deshalb habe ich das Ganze einfach besprochen und wir spielen ab der Aufnahme weiter wo es wirklich zur Sache geht würde ich einfach mal sagen ich würde es erst sehen kriegen wir den irgendwie okay die KI ist manchmal doof ich bin hinter dir Aua was naja genau ich habe ein neues Schwert das ist Katana das hat auch schon 25% mehr Schaden und ich wollte jetzt nochmal gucken ob ich hier irgendwie in der Ausstattung ja da ist mein Katana das habe ich schon verbessert meine Pistole habe ich auch schon verbessert jetzt seht ihr auch alles schönes was ich so habe so den Kopf den kann ich nicht verbessern ist zu teuer so genau hier gut das habe ich jetzt auch verbessert und jetzt können wir sozusagen auf Suche gehen wenn es Spaß macht weiter geht's weiter geht's ähm ja ist das Blech? sieht so aus das finde ich schade dass man nicht schreckt hochlaufen kann na toll genial ich will doch einfach nur die Hände hochlaufen ähm so äh haben die mich jetzt gesehen scheinbar ist die Aktenklingzeit jetzt sehr sehr gut nach oben mit dir ich möchte nicht gesehen werden mein liebster Anu bitte ich weiß nicht wo wir hier hin müssen ich weiß es nicht gut zur Mitte äh äh wir müssen wir ein Stück nicht vorrücken ja du Bürger aha ich erwisch dich schon du Rechter du da stehen bleiben da ach ach hey wo bist du ach 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 multiple ach 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 was nach nach da Und hier haben wir auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Hier ist er auch nicht. Ich sehe keine Zielperson. Das ist komisch. Ziemlich komisch. Ich weiß nicht warum. So. Da vorne ist so ein komisches Teil. Vielleicht müssen wir da hin. Bürger, bleib stehen. Hey. Komm hier rüber. Ich gebe dir nicht mehr los. Das ist doch scheiße. Komm bitte schießt mich nicht. Bitte schießt mich nicht. Gut. Sie haben mich erst in Augen verloren. Das ist immer das Beste. So. Hier stehen die auch nicht. Oder Jamar steht hier auch nicht. Sagen wir es eher so. Na ja. Kann ich ja alles etwas ruhiger angehen. Was? Wieso sind da plötzlich zwei? Na schön. Komm raus du moch mir die wahren Patron. Ich kann erst dich. Oh. Das muss weh tun. So, das passiert, wenn man... Okay. Ist schon gut. Äh, ja. Wo geht's jetzt hin? Das ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Obwohl, das Ding leuchtet so hell. Er muss hier drin sein. Wo? Wo, wo? Ich höre doch keine Geräusche. Ich habe es mit A und B. Ich tue immer die falschen Knöpfe. Das ist so schlimm. Das hat mich schon bei meiner Fehlfolge öfters mal den Kopf gekostet. Ne, hier ist auch nichts. Hier ist noch nicht mal eine Kiste drin. Weshalb bauen die diesen Raum? Wieso? Wieso, weshalb, warum? Ich weiß es nicht. Gut. Hm, 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 hm. Okay. Die sollten mich vielleicht besser nicht sehen. Dann lauf mir mal wieder hoch. Oder? Ja. Da geht's noch eine Treppe hoch. Hallo, hast du es nicht gesehen? Äh, bin ich dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Wie, warum lauf ich jetzt nach oben? Ah. Ok, aber in der Zugbrücke kann man auch nichts machen. Genau, am Anfang war war mein Überlegung, dass man irgendwas an der Zugbrücke machen müsste, weil ja im Trailer da was angekündigt war. Vor die ganzen... Darum ist es hell. Wieso ist es hier hell? Ernsthaft, jetzt? Was verdammt war das? Das kann noch nicht sein. Ich laufe... Der verlorene Assassine kehrt also zurück. Ich bin da jetzt eine Stunde drin gelaufen. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. Ich seh... Ihr seid ein gewaltiger Dorn in meinem Auge. Und... Der steht da... Direkt angreifen sollte man ihn vielleicht nicht. Aber irgendwann habe ich den mal gefunden. Und wo ist er hin? Da unten. Wieso ist er jetzt... Jetzt weg. Wieso geht das? Ich konnte das nicht mit dem Schwert damals. Das wäre viel cooler gewesen. Komm, lass dich fallen. Oder... So. Genau. Steht auch. Ach, wir haben alles aufgefüllt bekommen. Das ist ja schön. Ähm... Das bedeutet... Wir sind jetzt tatsächlich fast am Ende. Glaube ich. Ab da runter. In die Guft. Hier gibt's kein Durchkommen, du Hund. Na? Ist der Schild? Ah, super. Jetzt haben mich alle gesehen. Ah. Wohin willst du denn fliehen? Ey. Ich liebe eine schöne Jagd. Ab. Na unten. Hä? Wo ist der hin? Hier schön genau. Wo ist der hin? Nein, nein, zählt. Der hier durchkommt. Hab dich, du Scheißkerl. Das ist doch schön. Man darf uns halt die Leute nicht von allen Seiten kommen lassen, sondern man muss die... Ich lass dich ausbluten! ...eine Seite von anderen. Das ist doch ein paar Leute. Nein, die ganze Zeit. Du, ich reg dich um! Schau! Oh. Es sind nur ein paar Leute hier. Gut. Wieso plündere ich eigentlich die Leichen? Okay, doch. Ich hab nicht alles aufgefüllt bekommen. Ich dachte, ich hätte alles voll. Aber das ist leider dem... Oder scheinbar dem nicht so. Oh. Oh. Hm. 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 Da mal weiter in die Gruft. Aber ich würde sagen, hier ist der ideale Zeitpunkt, um aufzuhören. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Okay, ich bin hier rein, aber... Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020